Heute Selbstvertreter im Gegenblick, wenn einer kommt und nicht gewöhnt, schäme Bruder! So, von hier, was wir schon gezeigt haben, was jeder immer wieder falsch macht und sagt, das funktioniert nicht, von unten nach oben, diese Geschichte, ja, es geht nicht. Kommt, halt! Es geht nicht. Warum geht es nicht? Ganz klar, weil der Winkel falsch ist. Die Leute versuchen hier die Hände, ja, wir haben ja schon erklärt, das hier und das hier geht eh nicht und das hier, das funktioniert auch nicht. Komm, drück mal wieder. Und ich bin jetzt nicht wirklich ein Schwächtling, wo ich sage, ja, ich habe keine Kraft und gehe mal jetzt davon aus, er wirkt eine Frau, ja, damit sie noch weniger rauskommt, logischerweise. Bedeutet, der Winkel ist falsch. Was bedeutet der Winkel? Von unten nach oben gerade wird nicht funktionieren. Was aber funktioniert ist, hier so ein 45 Grad Winkel, weil wir hier gleichzeitig die Schulter mitnehmen, weil hier können wir nicht die Schulter mitnehmen, aber hier, hier, guck mal, und klar, natürlich machen wir das eigentlich mit einem Angriff zusammen, aber hier können wir die Schulter hier gleichzeitig mit hochnehmen. Und wenn wir die Schulter mit hochnehmen, kann er nicht mal richtig greifen, weil wir brechen ein bisschen den Griff. Bedeutet, mach mal, komm, von hier, guck mal, ich muss nicht mal viel Kraft ballern. So, was wir natürlich machen, wir sind ja schlau, wir sind effektiv, das ist selbstverteidigend, das muss nicht schön aussehen, sondern funktionieren. Heißt, wenn wir das machen, entweder kommen wir jetzt ran, weil wir halt so lange Arm haben, ich habe jetzt lang genug Arm, weil wir fast gleich groß sind. Bedeutet, ich mach, bam, in die Augen rein und das natürlich, lass mal, das natürlich, boom, ne, ganz klar, mit den Daumen hier Richtung Auge geht sie wunderschön rein. Bab, bab, selbst wenn ihr den nicht trifft, scheißegal, die Nase ist so schön konzipiert, dass es schön da rein slidet. Wenn die Arme nicht lang genug sind, ist es auch scheißegal, weil dann machen wir es einfach bis hier. Gehen wir mal davon aus jetzt, weil ich halt nicht rankomme. So, der Griff ist befreit, bedeutet, ich kann jetzt andere Geschichten machen. Schlagen, rein, keine Ahnung, schubsen und abhauen, Freunde, weil genau das ist das Wichtigste. Wir müssen abhauen, weil wir wollen gar nicht kämpfen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, ich bin schwächer, äh, stärker, beziehungsweise oder ich bin einfach körperlich halt eine Frau zum Beispiel. Ja, ist auch Fakt. Ich will mich gar nicht mit dem, genau, ist auch eh Fakt. Ich will mich gar nicht mit dem kloppen, ja, ich will mich gar nicht mit dem kloppen, das macht auch gar keinen Sinn. Deswegen haue ich einfach ab, weil, wir wissen nie, es kann immer ein Nachspiel haben. Von daher passt auf euch auf, wir sehen uns. Ciao, ciao.